Hallihallo der Beutel hier! Willkommen zurück, würde ich fast nicht behaupten. Willkommen bei QueenHell. Ich muss euch mitteilen, dass ich das Let's Play leider abbrechen muss, weil es einfach grafikmäßig nicht funktioniert. Und zwar nehme ich es auf, es sieht auf meinem Rechner ganz normal aus, alles schick, es ruckelt, ist klar, aber wenn ich dann die Aufnahme angucke, ist alles verkrisselt und verpixelt und es macht keinen Spaß. Also das Spiel fetzt mir sehr, ich mag das, aber ist jetzt als Let's Play nicht mehr geeignet, weil ich euch ja grafiktechnisch auch was Gutes bieten will und das funktioniert eben nicht. Die Probleme gibt es auch woanders, die haben ganz viele geschrieben, das liegt wohl wahrscheinlich daran, dass dieses Spiel auf neuen Rechnern irgendwie Probleme bereitet und wohl auf alten Rechnern besser laufen soll. Jedenfalls werde ich es an dieser Stelle abbrechen und ihr könnt es aber gern bei meinem sympathischen Kollegen Voucher angucken. Da ist die Grafik in Ordnung, das ist ein super sympathischer Typ. Ich haue euch den Link von der Playlist von ihm unten rein, unter das Video. Wäre auch schön, wenn ihr ihn abonniert. Der Kerl hat es verdient, das ist ein sehr, sehr netter Mensch, sage ich mal. Ja, sorry, dass ich das so abrupt abbrechen muss und dass das auch erst zu spät kommt. Ich habe rumprobiert, ich habe versucht, aber es gibt einfach keinerlei Einstellung mit meinem Aufnahmeprogramm, dass dieses Spiel wirklich gut aussieht und für YouTube-Videos geeignet ist. Ja, in diesem Sinne, bleibt tapfer, wir sehen uns in anderen Let's Plays. Guckt bei Voucher rein, das macht sehr viel Freude bei ihm und da sieht es halt auch grafisch sehr, sehr gut aus. Alles klar, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis später. Ciao, ciao.